hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play final fantasy elf mit elbe ich stehe jetzt hier schon in norr weil wir sollen ja kontakt mit androsa aufnehmen ich habe jetzt eine zeitlang nicht mehr aufgenommen ich glaube es ging noch darum dass wir irgendwie frisch an toto aldo killen sollen ich weiß jetzt nur wir müssen jetzt hier von andros und schwarz bekommen so dann schauen wir mal was er sagt you yes the description fits i dare say you're the one she said yes at my clients behest i have procured the item you require but alas doing so drained far more of my time and resources than had been reckoned as recompense for having exerted undue effort i would ask a favor of you do as i say and you may consider the item yours yes okay very good i knew i could count on us being on the same page now then without further ado i shall explain the task to you it's truly a simple you are to investigate a number of creatures dwelling within the sea serpent grotto in my stead should you not possess a soul trapper and blank soul plates i can furnish you with both for a nominal fee of 800 kill using the soul tripper will turn a blank soul plate into a soul plate a visual record of the subjects physical characteristics i'm currently investigating the royal leech the sahagin parasite and the shaw sahagin you require a soul tripper and a blank soul plate i can provide you both with a nominal fee of 800 kill yes please okay das bedeutet ich muss fotos machen moment da muss ich hier gerade noch ein zweit auslösen also equipment ich muss im range mit dem soul trapper und die black soul plates als ammo wenn ich die ganze zeit hier schon nur mit einem dolch das ist ja nicht gut okay und dann machen wir ein makro so und dann war das das am target das war falsch das war okay dann das muss ich suchen ich brauche roya leech sahagen parasite and chance ergehen die müssen alle irgendwo in der sisa per grotto sein das bedeutet die müssen wir jetzt mal suchen ich gebe mit sneak und invis rein aber wenn ich die fotos machen muss darf ich nicht unter dem einfluss stehen aber jetzt suchen wir erstmal die mobs ich weiß nicht wo genau sie sind da ist ja sogar schon mal ein rolle der erste ist einfach dann muss ich jetzt nur ok scheint zu funktionieren ok dann muss ich noch die anderen finden das ist nochmal parasite und chance ergehen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, da haben wir eine Chance. Das ist doch mal ein Erfolg. Okay. Warte. Okay. Okay. Das wäre, ich hätte, ich hätte meine Trusts aushalten sollen. Das werde ich nicht überleben. Dann mache ich hier mal einen Cut und schaue, dass ich wieder hierher komme. So, jetzt bin ich wieder in derselben Gegend, aber diesmal steht ein Chance AG echt günstig da. Ja, den kann man doch gleich mal fotografieren. Okay. Okay. Not far away. Okay. Dann muss ich den noch haben. Jetzt. Jetzt haut er wieder ab. Mensch. Bleib stehen. Also gut. Schauen, ob ich dich jetzt erkriegen kann ohne die anderen. Nein. To far away. Jetzt. Das muss funktionieren. Ja. Und rechtzeitig bevor ich angegriffen werde. Dann machen wir die jetzt hier mal alle fertig. Mal Zhiyело Perdawa. Hier ist dein Witton Poete. K Coordinatoren. Letzido. Jetzt geht's zurück. Jetzt holen dich. OK. Wenn du nicht. Weisst du nicht. Der Anspray Mode diverse. Nbleiben. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann geht's weiter zum Siren Parasite. Ich weiß jetzt auch ungefähr, wo er ist. Ich hab im Break mal nachgeschaut. Da muss ich hinter die Mithril-Tür. Ah, sehr schön. Direkt hinter der Tür ist einer. Ah, der wird mir auch wieder zu weit entfernt sein. Ja. Ah, jetzt. Okay, dann kann ich zurück nach Nork. So, hier bin ich wieder. Ich kann dir die Soulplates geben. So, was war das denn? Ah, Soulplates. Ich muss auch sagen, Rural Leech und Siren Parasite. Und genau das, was du haben wolltest. Ja. Was ist jetzt das Problem? Genau. Soll Hagen Parasite? Ich hab doch alles da, was du wolltest. Bitte sehr. Okay. Warte mal kurz einen Break. Wir schauen, was da vielleicht nicht stimmt. Einen nach dem andern muss ich traden. Ah, da machen wir erst mal hier. Zack. Ah, yes. A truly menacing image of a Shaw Sahagin. All that remains then is one each of the Royal Leech and the Sahagin Parasite. So, trade is. So, dann haben wir. Sahagin Parasite. Ah, yes. A positively imposing image of the Sahagin Parasite. All that remains then is one of the Royal Leech. So, trade is. Royal Leech. Ah, yes. I've eagerly awaited your return. With this image of the Royal Leech, I hold your task fulfilled. As promised, I relinquish this to you. Should another be required, you shall find me here. Okay. Das war's dann bereits. Mehr ist heute nicht zu tun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.